moin moin und hallo willkommen zu tag 27 es gab reis adibobo di adibaba indisches nicht indisch sondern asiatisches gericht dann gab es zum abendbrot zwei belegte brötchen und zum nachtisch ein fruit joghurt das war's für heute tag 27 wird jetzt zu ende gehen und ich habe wieder mal richtig gut durchgehalten heute morgen ging es super ich war schön abgelenkt weil ich ein paar schraubtätigkeiten durchführen durfte und danach gab es noch ein paar videos mit denen hier wasch mäßig und da war ich ja auch sehr abgelenkt das kleine loch kam dann um circa 15 uhr ja genau beim einkaufen das war wirklich hardcore leute das muss ich euch erzählen wir zum aldi rein ich wie gesagt erst gegessen bisschen alibaba adibobo das ist so ein asiatisches reich reis gericht was sehr lecker ist und wenig kalorien hat auch sehr wenig fett und sehr viel mit sojasauce gemacht kokosmilch und halt reis ne ein bisschen bisschen händchenfleisch war dabei also kalorienpower ganz wenig ich in den aldi rein und dann glotzig ne so dann kommt man erst mal den backfaden vorbei so dann die süßigkeit auf der linken seite dann weiter zum gemüse zum obst und dann ging es weiter dann kamen die die tochten die tochten abteilung erst mal kalorien gecheckt dann habe ich gesehen dass eine kleine schwarzwälder kirsch torte 2000 kilo kalorien hat habe ich gedacht mehr darf ich also nicht essen aber wir essen ja nichts davon heute ausgezeichnet das war wirklich schwer also leute wenn ihr in so ein fress tempel geht auch wenn es ein supermarkt ist oder noch schlimmer supermarkt ist weil da gibt es ja manchmal sogar solche dinger wo man probieren kann also wenn man den discounter geht ist ja noch alles verpackt und so der geruch ist nicht so krass außer die backfaden da habe ich auch so leckere donuts gesehen leute so donuts also es war wirklich ganz hart dann zum auto zurück draußen erstmal so durchgeatmet voll geschafft nichts zu essen und nichts zu kaufen super lob für sashi maus ausgezeichnet weil wir wissen ja morgen ist wiegen und ich will nicht versagen dann sage ich vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gibt mir ein positives feedback und bis morgen bitte abonniert mich gibt mir ein bisschen nach sicher bitte abonniert mich ist aber auch noch mal kein grüßiges wenn ich jetzt nicht in nehm bin die und die wir Untertitelung des ZDF, 2020